Und was bleibt, ist nur der Augenblick selbst. Die Fragen, die mich verfolgen, woher komme ich? Wohin führt die Reise meines Lebens? Was ist mein Ziel, mein Sinn? Die Fragen verschwinden. Vielleicht ist das der Sinn. Einfach zu sein. Dass alle Fragen aufhören und mit ihnen die Zeit. Ich möchte mit dir die Welt erobern. Zuerst El Salvador und dann den Rest. Herr Reichenbach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020